Allein geblieben hatte der Senator seinen Platz am Tische wieder eingenommen, sein Pinsenet hervorgezogen und Intellektüre seiner Zeitung fortfahren wollen. Aber nach zwei Minuten schon hatten seine Augen sich von dem bedruckten Papier erhoben und ohne die Haltung seines Körpers zu verändern, hatte er lange Zeit geradeaus zwischen den Portieren hindurch unverwandt in das Dunkel des Salons geblickt. Wie bis zur Unkenntlichkeit verändert sein Gesicht sich ausnahm, wenn er sich allein befand. Die Muskeln des Mundes und der Wangen, sonst diszipliniert und zum Gehorsam gezwungen, im Dienst einer unerführlichen Willensanstrengung, spannten sich ab, erschlafften. Wie eine Maske fiel die längst nur noch künstlich festgehaltene Miene der Wachheit, Umsicht, Liebenswürdigkeit und Energie von diesem Gesicht ab, um es in dem Zustand einer gequälten Müdigkeit zurückzulassen. Die Augen, mit trübem und stumpfem Ausdruck auf einen Gegenstand gerichtet, ohne ihn zu umfassen, röteten sich, begannen zu tränen. Und ohne Mut zu dem Versuche, auch sich selbst noch zu täuschen, vermochte er von allen Gedanken, die schwer, wirr und ruhelos seinen Kopf erfüllten, nur den einen Verzweifelten festzuhalten, dass Thomas Buddenburg mit 42 Jahren ein ermatteter Mann war. Er strich langsam und tief aufatmend mit der Hand über Stirn und Augen, entzündete mechanisch eine neue Zigarette, obgleich er wußte, dass es ihm schadete, und fuhr fort durch den Rauch, ins Dunkel zu blicken. Welch ein Gegensatz zwischen der leidenden Schlaffheit seiner Züge und der eleganten, beinahe martialischen Toilette, die diesem Kopf gewidmet war, dem parfümierten, lang ausgezogenen Schnurrbart, der peinlich rasierten Glätte von Kinn und Wangen, der sorgfältigen Frisur des Haupthaares, dessen beginnende Lichtung am Wirbel nach Möglichkeit verdeckt war, das in zweilänglichen Einbuchtungen von den zarten Schläfen zurücktretend einen schmalen Scheitel bildete und über den Ohren nicht mehr lang und gekraust wie einst, sondern sehr kurz gehalten war, damit man nicht sähe, dass es an dieser Stelle ergraute. Er selbst empfand ihn, diesen Gegensatz. Und er wußte wohl, dass niemandem draußen in der Stadt der Widerstreit entgehen konnte, der zwischen seiner beweglichen, elastischen Aktivität und der matten Blässe seines Gesichtes bestand. Nicht, dass er in geringerem Maße als ehemals dort draußen eine wichtige und unentbehrliche Persönlichkeit gewesen wäre. Die Freunde wiederholten es, und die Neider konnten es nicht leugnen, dass Bürgermeister Dr. Langhals mit weit vernehmbarer Stimme den Ausspruch seines Vorgängers Oeverdiek bestätigt hatte, Senator Buddenbrook sei des Bürgermeisters rechte Hand. Dass aber die Firma Johann Buddenbrook nicht mehr das war, was sie vor Zeiten gewesen, das schien eine so gassenläufige Wahrheit, dass Herr Stuth in der Glockengießer Straße es seiner Frau erzählen konnte, wenn sie mittags zusammen ihre Specksuppe verzehrten. Und Thomas Buddenbrook stöhnte darüber. Gleichwohl war er selbst es, der zur Entstehung dieser Anschauungsweise am meisten beigetragen hatte. Er war ein reicher Mann. Und keiner der Verluste, die er erlitten, auch den Schweren des Jahres 66 nicht ausgenommen, hatte die Existenz der Firma ernstlich in Frage stellen können. Aber obgleich er wie selbstverständlich fortfuhr, in angemessener Weise zu repräsentieren und seinen Diners die Anzahl von Gängen zu geben, die seine Gäste von ihnen erwarteten, hatte doch die Vorstellung, sein Glück und Erfolg sei dahin, diese Vorstellung, die mehr eine innere Wahrheit war, als dass sie auf äußere Tatsachen gegründet gewesen wäre, ihn in einen Zustand so argwöhnischer Verzagtheit versetzt, dass er wie niemals zuvor das Geld an sich zu halten und in seinem Privatleben in fast kleinlicher Weise zu sparen begann. Hundertmal hatte er den kostspieligen Bau seines neuen Hauses verwünscht, das ihm so empfand, er nichts als Unheil gebracht hatte. Die Sommerreisen wurden eingestellt und der kleine Stadtgarten musste den Aufenthalt am Strande oder im Gebirge ersetzen. Die Mahlzeiten, die er gemeinsam mit seiner Gattin und dem kleinen Hanno einnahm, waren auf sein wiederholtes und strenges Geheiß von einer Einfachheit, die im Gegensatz zu dem weiten, parkettierten Speisezimmer mit seinem hohen und luxuriösen Plafond und seinen prachtvollen Eichenmöbeln komisch wirkte. Während längerer Zeit war Dessert nur für den Sonntag gestattet. Die Eleganz seines Äußeren blieb dieselbe. Aber Anton, der langjährige Bediente, wußte doch in der Küche zu erzählen, daß der Senator jetzt nur noch jeden zweiten Tag das weiße Hemd wechsle, da die Wäsche das feine Linnen allzu sehr ruiniere. Er wußte noch mehr. Er wußte auch, daß er entlassen werden sollte. Gerda protestierte. Drei Dienstboten seien zur Instandhaltung eines so großen Hauses kaum genug. Es half nichts. Mit einem angemessenen Geldgeschenk ward Anton, der so lange den Bock eingenommen hatte, wenn Thomas Buddenbrock in den Senat fuhr, verabschiedet. Solchen Maßregeln entsprach das freudlose Tempo, das der Geschäftsgang angenommen hatte. Nichts war mehr zu verspüren von dem neuen und frischen Geiste, mit dem der junge Thomas Buddenbrock einst den Betrieb belebt hatte. Und sein Sozius, Herr Friedrich Wilhelm Markus, welcher nur mit geringem Kapitale beteiligt, in keinem Falle bedeutenden Einfluß besessen hätte, war von Natur und Temperament jeder Initiative bar. Im Laufe der Jahre hatte seine Pedanterie zugenommen und war zur vollständigen Wunderlichkeit geworden. Er brauchte eine Viertelstunde, um sich unter Schnurrbartstreichen, Räuspern und bedächtigen Seitenblicken eine Zigarre anzuschneiden und die Spitze in seinen Geldbeutel zu versenken. Des Abends, wenn die Gaslampen jeden Winkel des Kontors taghell erleuchteten, unterließ er es niemals noch, eine brennende Stearinkerze auf sein Pult zu stellen. Nach jeder halben Stunde erhob er sich, um sich zur Wasserleitung zu begeben und seinen Kopf zu begießen. Eines Vormittags lag unordentlicherweise ein leerer Getreidesack unter seinem Pult, den er für eine Katze hielt und zum Gaudium des gesamten Personals unter lauten Verwünschungen zu verjagen suchte. Nein, er war nicht der Mann, der jetzigen Mattigkeit seines Kompagnons zum Trotz fördernd in die Geschäfte einzugreifen. Und oft erfasste den Senator, wie jetzt, während er matten Blickes in die Finsternis des Salons hinüberstarrte, die Scham und eine verzweifelte Ungeduld, wenn er sich den unbeträchtlichen Kleinbetrieb, das pfennigweise Geschäfte machen, vergegenwärtigte, zu dem sich in letzter Zeit die Firma Johann Buddenbrook erniedrigt hatte. Aber war es nicht gut so? Auch das Unglück, dachte er, hat seine Zeit. War es nicht weise, sich still zu verhalten, während es in uns herrscht? Sich nicht zu rühren, abzuwarten und in Ruhe innere Kräfte zu sammeln? Warum mußte man jetzt mit diesem Vorschlag an ihn herantreten, ihn aus seiner klugen Resignation vor der Zeit aufstören und ihn mit Zweifeln und Bedenken erfüllen? War die Zeit gekommen? War dies ein Fingerzeig? Sollte er ermuntert werden, aufzustehen und einen Schlag zu führen? Mit aller Entschiedenheit, die er seiner Stimme zu geben vermocht, hatte er das Ansinnen zurückgewiesen. Aber war seit Toni aufgebrochen wirklich das Ganze erledigt? Es schien nicht. Denn er saß hier und grübelte. Man begegnet einem Vorschlage nur dann mit Erregtheit, wenn man sich in seinem Widerstande nicht sicher fühlt. Eine verteufelsschlaue Person, diese kleine Toni. Was hatte er ihr entgegengehalten? Er hatte es sehr gut und eindringlich gesagt, wie er sich erinnerte. Unreinliche Manipulation, im trüben Fischen brutale Ausbeutung, einen wehrlosen übers Ohr hauen, wucher Profit. Ausgezeichnet. Alleines fragte es sich, ob dies die Gelegenheit war, so laute Worte ins Gefecht zu führen. Konsul Hermann Hagenes Röhm würde sie nicht gesucht und würde sie nicht gefunden haben. War Thomas Buddenbrook ein Geschäftsmann? Ein Mann der unbefangenen Tat? Oder ein skrupulöser Nachdenker? Oh ja, das war die Frage. Das war von jeher, solange er denken konnte, seine Frage gewesen. Das Leben war hart und das Geschäftsleben war in seinem rücksichtslosen und unsentimentalen Verlaufe ein Abbild des großen und ganzen Lebens. Stand Thomas Buddenbrook mit beiden Beinen fest wie seine Väter in diesem harten und praktischen Leben? Oft genug von jeher hatte er Ursache gehabt, daran zu zweifeln. Oft genug von Jugend an hatte er diesem Leben gegenüber sein Fühlen korrigieren müssen. Härte zufügen, Härte erleiden und es nicht als Härte, sondern als etwas Selbstverständliches empfinden. Würde er das niemals vollständig erlernen? Er erinnerte sich des Eindrucks, den die Katastrophe des Jahres 66 auf ihn hervorgebracht hatte und er rief sich die unaussprechlich schmerzlichen Empfindungen zurück, die ihn damals überwältigt hatten. Er hatte eine große Summe Geldes verloren. Ach, nicht das war das Unerträglichste gewesen. Aber er hatte zum ersten Male in vollem Umfange und am eigenen Leibe die grausame Brutalität des Geschäftslebens verspüren müssen, indem alle guten, sanften und liebenswürdigen Empfindungen sich vor dem einen rohen, nackten und herrschenden Instinkt der Selbsterhaltung verkriechen und indem ein erlittenes Unglück bei den Freunden, den besten Freunden, nicht Teilnahme, nicht Mitgefühl, sondern Misstrauen. kaltes, ablehnendes Misstrauen hervorruft. Hatte er das nicht gewußt? War er berufen, sich darüber zu verwundern? Wie sehr hatte er sich später in besseren und stärkeren Stunden darüber geschämt, dass er in den schlaflosen Nächten von damals sich empört, voll ekel und unheilbar verletzt gegen die häßliche und schamlose Härte des Lebens aufgelehnt hatte? Wie albern das gewesen war! Wie lächerlich jedes Mal diese Regungen gewesen waren, wenn er sie empfunden hatte! Wie war es überhaupt möglich, daß sie in ihm entstanden? Denn nochmals gefragt, war er ein praktischer Mensch oder ein zärtlicher Träumer? Ach, diese Frage hatte er sich schon tausendmal gestellt. Und er hatte sie in starken und zuversichtlichen Stunden bald so und in müden bald so beantwortet. Aber er war zu scharfsinnig und ehrlich, als daß er sich nicht schließlich die Wahrheit hätte gestehen müssen, daß er ein Gemisch von beidem sei. Zeit seines Lebens hatte er sich den Leuten als tätiger Mann präsentiert, aber soweit er mit Recht dafür galt, war er es nicht mit seinem gern zitierten götischen Wahl und Wahrspruch aus bewusster Überlegung gewesen? Er hatte ehemals Erfolge zu verzeichnen gehabt, aber waren sie nicht nur aus dem Enthusiasmus, der Schwungkraft hervorgegangen, die er der Reflexion verdankte? Und da er nun da niederlag, da seine Kräfte, wenn auch Gott gäbe es nicht für immer, erschöpft schienen, war es nicht die notwendige Folge dieses unhaltbaren Zustandes, dieses unnatürlichen und aufreibenden Widerstreites in seinem Innern? Ob sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater, die Pöppenrader-Ernte auf dem Halme gekauft haben würden, gleich viel, gleich viel. Aber dass sie praktische Menschen gewesen, dass sie es voller, ganzer, stärker, unbefangener, natürlicher gewesen waren als er, das war es, was feststand. Eine große Unruhe ergriff ihn. Ein Bedürfnis nach Bewegung, Raum und Licht. Er schob seinen Stuhl zurück, ging hinüber in den Salon und entzündete mehrere Gasflammen des Lüsters über dem Mitteltische. Er blieb stehen, drehte langsam und krampfhaft an der langen Spitze seines Schnurrbartes und blickte ohne etwas zu sehen in diesem luxuriösen Gemache umher. Es nahm zusammen mit dem Wohnzimmer die ganze Frontbreite des Hauses ein, war mit hellen, geschweiften Möbeln ausgestattet und trug mit seinem großen Konzertflügel auf dem Gerdas Geigenkasten stand, seiner mit Notenbüchern beladenen Etagere daneben, dem geschnitzten Stehpult und den Basreliefs von musizierenden Amouretten über den Türen den Charakter eines Musikzimmers. Der Erker war mit Palmen angefüllt. Senator Buddenburg stand zwei oder drei Minuten, ohne sich zu bewegen. Dann raffte er sich auf, ging ins Wohnzimmer zurück, trat ins Speisezimmer und erleuchtete auch dies. Er machte sich ein Buffet zu schaffen, trank, um sein Herz zu beruhigen oder um überhaupt etwas zu tun, ein Glas Wasser und ging dann rasch die Hände auf dem Rücken weiter in die Tiefe des Hauses hinein. Das Rauchzimmer war dunkel möbliert und mit Holz getäfelt. Er öffnete mechanisch den Zigarrenschrank, verschloss ihn sofort wieder und erhob am Spieltische den Deckel einer kleinen eichenen Truhe, die Kartenspiele, Notizblocks und ähnliche Dinge enthielt. Er ließ eine Anzahl knöcherner Anlegemarken klappernd durch seine Hand gleiten, warf den Deckel zu und wandte sich abermals zum Gehen. Ein kleines Kabinett mit einem buntfarbigen Fensterchen grenzte an das Rauchzimmer. Es war leer, bis auf einige ganz leichte Servanten, die ineinander geschoben waren und auf denen ein Likörkasten stand. Von hier aus aber betrat man den Saal, welcher mit seiner ungeheuren Parkettfläche und seinen vier hohen, weinrot verhangenen Fenstern, die auf den Garten hinausblickten, wiederum die ganze Breite des Hauses in Anspruch nahm. Er war ausgestattet mit einem paar schwerer, niedriger Sofas, von dem Rot der Portieren, und einer Anzahl von Stühlen, die hochlehnig und ernst an den Wänden standen. Ein Kamin war dort, hinter dessen Gitter falsche Kohlenlagen und mit ihren Streifen von rot-goldenem Glanzpapier zu glühen schienen. Auf der Marmorplatte vor dem Spiegel ragten zwei mächtige chinesische Vasen. Nun lag die ganze Zimmerflucht im Lichte einzelner Gasflammen wie nach einem Feste, wenn der letzte Gast soeben davon gefahren. Der Senator durchmaß den Saal einmal der Länge nach, blieb dann an dem Fenster stehen, das dem Kabinett gegenüber lag, und blickte in den Garten hinaus. Der Mond stand hoch und klein zwischen flockigen Wolken, und der Springbrunnen ließ einen Strahl in der Stille unter den überhängenden Zweigen des Walnussbaumes plätschern. Thomas sah hinüber auf den Pavillon, der das Ganze abschloss, auf die kleine, weißglänzende Terrasse mit den beiden Obelisken, auf die regelmäßigen Kieswege, die frisch umgegrabenen, abgezirkelten Beete und Rasenplätze. Aber diese ganze zierliche und ungestörte Symmetrie, weit entfernt ihn zu beruhigen, verletzte und reizte ihn. Er erfasste mit der Hand die Klinke des Fensters, legte seine Stirn darauf und ließ seine Gedanken ihren qualvollen Gang wieder antreten. Wo wollte es mit ihm hinaus? Er erinnerte sich einer Bemerkung, die er vorhin seiner Schwester gegenüber hatte fallen lassen, und über die er selbst sich, sobald sie ausgesprochen, als über etwas höchst Überflüssiges geärgert hatte. Er hatte vom Grafen Strelitz gesprochen, vom Landadel, und hatte bei dieser Gelegenheit klar und deutlich die Meinung ausgedrückt, dass eine soziale Überlegenheit des Produzenten über den Zwischenhändler anzuerkennen sei. War das zutreffend? Ach, mein Gott, es war so unsäglich gleichgültig, ob es zutreffend war. Aber war er berufen, diesen Gedanken auszusprechen? Ihn in Erwägung zu ziehen? Überhaupt darauf zu verfallen? War er imstande, sich seinen Vater, seinen Großvater, irgendeinen seiner Mitbürger vorzustellen, wie er diesem Gedanken nachhing und ihm Ausdruck verlieh? Ein Mann, der fest und zweifellos in seinem Berufe steht, kennt nur diesen, weiß nur von diesem, schätzt nur diesen. Plötzlich fühlte er, wie das Blut ihm heiß zum Kopf verstieg, wie er errötete bei einer zweiten Erinnerung, die weiter zurück lag. Er sah sich mit seinem Bruder Christian im Garten des Mengstraßenhauses umhergehen, begriffen in einem Streite, einer dieser so tief bedauernswerten, erregten Auseinandersetzungen. Christian hatte in seiner indiskreten und kompromittierenden Art vor vielen Ohren eine liederliche Äußerung getan, über welche er ihn wütend, empört, aufs Äußerste gereizt, zur Rede gestellt hatte. Eigentlich hatte Christian gesagt, eigentlich und im Grunde sei doch jeder Geschäftsmann ein Betrüger. Wie? War diese insipide und nichtswürdige Redensart ihrem Wesen nach so weit entfernt von derjenigen, die er selbst sich soeben noch seiner Schwester gegenüber gestattet hatte? Er hatte sich darüber entrüstet? Hat er wutentbrannt dagegen protestiert? Aber wie hatte diese schlaue kleine Toni gesagt? Wer sich ereifert? Nein, sagte der Senator plötzlich mit lauter Stimme. Er hob mit einem Ruck den Kopf, ließ den Fenstergriff fern, stieß sich förmlich davon zurück und sagte ebenso laut, dies ist zu Ende. Dann räusperte er sich, um über die unangenehme Empfindung hinwegzukommen, die seine eigene, einsame Stimme ihm verursachte, wandte sich und begann schnell, gesenkten Kopfes die Hände auf dem Rücken, hin und her durch alle Zimmer zu gehen. Dies ist zu Ende, wiederholte er, es muß ein Ende gemacht werden. Ich verbummle, ich versumpfe, ich werde alberner als Christian. Oh, es war unendlich dankenswert, daß er sich nicht in Unwissenheit darüber befand, wie es mit ihm stand. Nun war es in seiner Hand gegeben, sich zu korrigieren. Mit Gewalt, lass sehen, lass sehen. Was war es für ein Angebot, das ihm da gemacht worden war? Die Ernte, die Pöppenrader Ernte auf dem Halm. Ich werde es tun, sagte er mit leidenschaftlichem Flüstern und schüttelte sogar eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger. Ich werde es tun. Es war ja wohl das, was man einen Kuh nennt. Eine Gelegenheit, ein Kapital von, sagen wir einmal, 40.000 Kurantmark, ganz einfach und ein wenig übertrieben ausgedrückt, zu verdoppeln. Ja, es war ein Fingerzeig, ein Wink, sich zu erheben. Es handelte sich um einen Anfang, einen ersten Streich und das Risiko, das damit verbunden war, ergab nur eine Widerlegung mehr aller moralischen Skrupeln. Gelang es, dann war er wieder hergestellt, dann würde er wieder wagen, dann würde er das Glück und die Macht wieder mit diesen inneren, elastischen Klammern halten. Nein, den Herren Strunk und Hagenström würde dieser Fang leider entgehen. Es gab am Orte eine Firma, die in diesem Falle in Folge von persönlichen Verbindungen denn doch die Vorhand hatte. In der Tat, das Persönliche war hier das Entscheidende. Es war kein gewöhnliches Geschäft, das man kühl und in den üblichen Formen erledigt. Es trug vielmehr, wie es durch Tonis Vermittlung eingeleitet worden, halbwegs den Charakter einer Privatangelegenheit, die mit Diskretion und Verbindlichkeit zu behandeln war. Ach nein, Hermann Hagenström wäre wohl kaum der Mann dafür gewesen. Thomas benutzte als Kaufmann die Konjunktur und auch beim Verkaufer nachher würde er sie bei Gott zu benutzen wissen. Andererseits aber erwies er dem bedrängten Gutsherrn einen Dienst, zu dem er durch die Freundschaft Todis mit Frau von Maibohm ganz allein berufen war. Schreiben also. Heute Abend noch schreiben. Nicht auf dem Geschäftspapier mit Firmendruck, sondern auf einem Privatbriefbogen, auf dem nur Senator Buddenbrock gedruckt stand. In rücksichtsvollster Weise schreiben und fragen, ob ein Besuch in den nächsten Tagen genehm sei. Eine heikle Sache. Immerhin ein etwas glatter Grund und Boden, auf dem man sich mit einiger Grazie bewegen musste. Desto mehr etwas für ihn. Und seine Schritte wurden noch geschwinder, sein Atem tiefer. Er setzte sich einen Augenblick, sprang auf und wanderte aufs Neue durch alle Zimmer. Er durchdachte das Ganze noch einmal. Er dachte an Herrn Markus, an Hermann Hagenström, Christian und Toni, sah die gelbreife Ernte von Püppenrade im Winde schwanken, fantasierte von dem allgemeinen Aufschwung der Firma, der diesem Kuh folgen würde, verwarf zornig alle Bedenken, schüttelte seiner Hand und sagte, ich werde es tun. Frau Permaneda öffnete die Tür zum Speisezimmer und rief gute Nacht. Er antwortete, ohne es zu wissen. Gerda, von der sich Christian an der Haustür verabschiedet hatte, trat ein und in ihren seltsamen, nahe beieinanderliegenden braunen Augen lag der rätselhafte Schimmer, den die Musik ihnen zu geben pflegt. Der Senator blieb mechanisch vor ihr stehen, fragte mechanisch nach dem spanischen Virtuosen und dem Verlauf seines Konzertes und versicherte dann sogleich, sich ebenfalls zur Ruhe begeben zu wollen. Aber er ging nicht zur Ruhe, sondern nahm seine Wanderung wieder auf. Er dachte an die Säcke mit Weizen, Roggen, Hafer und Gerste, welche die Böden des Löwen, des Walfisches, der Eiche und der Linde füllen sollten, sann über dem Preise, dem, oh, durchaus nicht unanständigen Preise, den er zu bieten beabsichtigte, stieg um Mitternacht leise ins Kontor hinunter und schrieb bei Herrn Markus, Stearienkerze in einem Zuge einen Brief an Herrn von Maibohm auf Pöppenrade, einen Brief, der, als er ihn mit Fieberheißem und schwerem Kopfe durchlas, ihm als der beste und taktvollste seines Lebens erschien. Das war in der Nacht vor dem 27. Mai. Am nächsten Tage eröffnete er seine Schwester in leichter und humoristischer Weise, daß er die Sache nun von allen Seiten betrachtet habe und daß er Herrn von Maibohm nicht einfach einen Krop geben und an den nächsten Beutelschneider verweisen könne. Am 30. des Monats unternahm er eine Reise nach Rostock und fuhr von dort mit einem Mietswagen über Land. Seine Laune war vortrefflich in den nächsten Tagen, sein Gang elastisch und frei, sein Minenspiel verbindlich. Er neckte Clotilde, lachte herzlich über Christian, scherzte mit Toni, spielte am Sonntag eine ganze Stunde lang mit Hanno auf dem Altan in der zweiten Etage, in dem er seinem Sohn half winzige Getreidesäcke an einem kleinen ziegelroten Speicher hinaufzuwinden und dabei die hohlen und gedehnten Rufe der Arbeiter nachahmte. und hielt in der Bürgerschaftssitzung vom 3. Juni über den langweiligsten Gegenstand von der Welt, über irgendeine Steuerfrage, eine so ausgezeichnete und witzige Rede, dass er in allen Stücken Recht bekam und Konsul Hagenström, der ihm opponiert hatte, der allgemeinen Heiterkeit anheimfiel. Untertitelung des ZDF,